ja ich war ja auch super gespannt auf das nächste level und mit menschlicher körper klingt das ja schon mal super spannend weil in unserem körper sind ja einige flüssigkeiten wir bestehen irgendwie aus 70 prozent aus wasser das nächste level ist mit maas jetzt trinkt er den mist den wir da gebaut haben oder was ja lecker 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 technetium technet technetium technetium löst sich beim kontakt mit zurückfließender magensäure auf tipp schütze dich wenn die kamera zu wackeln beginnt what the fuck jetzt bin ich mal gespannt jetzt hat er das ekelhafte zeug getrunken geile heißt das nicht geil leute was macht er sollen sollen ich also wieder ausspucken schön an seinen gaumen jetzt fließt das hier durch nach du scheiße da ist ein herz fließt das in sein ist das der meister schon der magen nein ist noch zu hoch was war das denn was hat er gerübst oder was das ist das krankes level müssen wir jetzt ein bisschen reizen oder na komm schon ich kann hier eigentlich nicht viel machen weil das zeug läuft einfach nach unten ist ja logisch wegen der schwerkraft halt ne es kommt da immer hoch ist er im rülpsen oder wie kann ich mir das vorstellen da ist der magen ok unten halten unten halten leute unten halten nein 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 exit ja fertig also wenn es so weiter geht dann kommen wir irgendwann mal unten raus ne ihr wisst ja was das heißt ja 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 ja